Regenbogenwolpen Regenbogenwolpen Regenbogenwolken Yes, Ab da hin Regenbogenwolken Ich weiß aber nicht mehr wie die fliegen Man muss das irgendwie abwerfen Irgendwie war da was Ich weiß nicht, ob ich das auch hin? Ich glaube, ich muss es 2-4 mal abwerfen, bis es die Kugel verliert, da kann ich das fotografieren. Das tut mir schon so ein bisschen leid. Aber gut. Okay, jetzt ist es ab. Jetzt kann es hier... Nee. Musst du auch noch mal treffen. Oh, ich treffe es kein einziges Mal in der Mitte. Ja, ich habe es mal fotografiert. So ein Apfel. Komm. Oh, ich habe es ja jetzt fotografiert. Ich kann aber auch nicht schneller fahren, man bringt glaube ich da nichts. Ah, da ist es, hier. Jetzt kommt der Mie. Wer man in die Kugel guckt. Das reicht jetzt aber auch. Ich könnte nicht noch mehr abwerfen. Ja. Eine von den letzten hat der Name angezeigt. Haben wir den letzten an mir geguckt. Voll süß. Mie ist so süß. Töne. Töne guckt. Töne guckt. Töne guckt. Töne guckt. Das ist halt bei Kai schon wirklich in der Mitte. Gibt's einfach schon mal extra Funke, weil es in der Mitte ist. Okay, es war nicht in der Mitte. Wir haben es geschafft, yay! Wir haben einmal die Story durchgespielt. Die ist jetzt nicht so sonderlich lang, aber es war immer schön. Ich will jetzt noch gucken, dass ich jedes Pokémon einmal fotografiere. Ich weiß, zwei auf jeden Fall Filme. Slimehawk haben wir in der Höhle nicht fotografiert. Und Arcani haben in dem Vulkan noch nicht. Bei den anderen wüsste ich jetzt aus dem Stehgreif. Wüsste ich gucken. Wüsste ich überlegen. Jetzt wird dir angezeigt. Irgendwo wird gesagt, dir fehlt ein Pokémon oder so. Das weiß ich noch. Das hat mich nämlich als Kind so aufgeregt. Weil mir hat ein Pokémon gefehlt und es war fucking Slimehawk und ich habe es nicht gefunden. Irgendwann, komplett aus reinem Zufall, hatten wir es dann mal gefunden. Dann mal gucken, was machen wir danach? Wollen wir dann das Stadium spielen? Ja, Stadium 1 und Stadium 2 sind ja auch drauf auf der Switch. Wäre auch ein Eis, habe ich auch lange nicht mehr. Ich habe ein Stadium noch nie die Pokémon-Liga geschafft. Wir haben... Ich weiß gar nicht, wohin geblieben. Ich glaube, wir sind bei... Sind wir beim siebten Orden nicht weitergekommen? Oder beim achten? Wir hatten sogar so ein Hilfe-Buch und wir haben es trotz Hilfe-Buch nie geschafft. Mal gucken, ob ich das mal besser bin. Ich weiß es nicht so ganz. Ich bin halt kein Taktiker. Ich bin so, ich versuche was, das wird schon klappen. Wenn nicht, dann probieren wir mal was anderes. Worauf ich auf mich wieder Bock habe. Ich muss gucken, ob es... Das gibt es bestimmt auch auf der Gamecube. Hier gibt es ja auch eine Gamecube drauf. Pokémon Kolosseum wäre halt auch so sick. So, das mal spielen. Aber das ist halt sehr lange. Oder Pokémon Dx. Ich wollte ja eigentlich eine Nuzlocke starten. Und ich dachte auch geil, Pokémon Snap hast du so lange nicht mehr gespielt. So richtig Kinderzerinnerungen. Komm, dann mach das mal. So, komm, jetzt holen wir die restlichen paar Pokémon. Die kriegen wir noch. Der sagt uns ja... Lass du es direkt an? Challenge-Score. Okay. Ah, da gibt es Challenge-Score für jede. Okay. Hier sind tatsächlich Slime auf Unakani, die wir noch brauchen. Die holen wir uns jetzt. Und dann mal gucken, ob wir da die Challenge machen oder ob wir da ein Stadium spielen. Ist das jetzt hier? Das müsste hier Null sein. Ja, das ist für jede Strecke. Gut. So, mal gucken. Ich weiß, wo Akani ist. Ich weiß aber nicht, wie wir rankommen. Okay. Kalabas krieg ich diesmal. Ah, ich treffe den Nullersten nicht. Mist. Ah, okay. Entscheinten mit dem Apfel. Ich hab gleich in anderen Nähern bitte nicht getroffen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Egal, ich hab's jetzt. Oder ist das einfach kompletter Zufall? Ne, das wäre doof. Weil er war wirklich der Apfel. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Wie muss ich so rein schützen? Jetzt nur noch Sliver! So. Hier bin ich mir auch nicht sicher, wie zum Henker das gemacht wird. Ich weiß, ich muss was mit den Slammers machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es abwerfen, abfotografieren... Reicht abfotografieren, dann guck ich sie her. Abwerfen hat funktioniert! Der Hammer, Schleimock! Yee! Wuppwupp! Oh, es ist gar nicht hier geworden. Ist auch schon viel Hen? Ist das besser von der Farbe her? Ist glaub ich egal. Ach, schade. Ach, da hinten ist noch... Ein kleines Stück... Stück in der Ecke. Ditto! Ich find Ditto auch so gackig. Einfach das Gesicht und dass man, wenn's verwandelt, einfach nur dieses Gesicht überall drauf packt. Das ist so lustig. Das wirst du als Filter geben fürs Ende oder so. Das wär super lustig. Oder so dieses Ditto-Gesicht. Auf alles drauf gelegt. Ah, knapp aber. Ah, knapp aber. Ja, das verstehe ich immer noch. Wieso ist dieses Shocking-Zubat in der Mitte? Ist das der Fuß in der Mitte? Nix von dem Zubat ist irgendwie mittig. Shit. Rosanna hat ja auch immer früher, wenn ich, sobald ich eins bekommen hatte, hatte ich's immer in meinem Team gehabt. Ich weiß nicht, Rosanna mag ich irgendwie. Rosanna ist mir eigentlich ganz sympathisch. Ich habe alle Pokémon, Yuki! Yes! Ah, das tut gut, das ist doch schön. Ah, ist doch so ein Lorbein ausruhen. Die Shiggy, die sind auch so knuffig. Ich glaube, dann spielen wir das Stadium. Mal gucken, ob ich das auch schaffe. Das habe ich auch als Kind nie geschafft. Mal die Kindheitsdinger nachholen, die man vorher nie geschafft hat. Oh, das Diktri! Bitte zeig das Diktri, Frodo! Das ist auch so göttlich! So geil, der würde dieses eine Diktri, das irgendwie oben geblieben ist von den anderen. Ja, ich habe schon echt ein paar coole Fotos gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht mal ich die mal schöner nach oder so, das wäre auch lustig. Und die Pokémon-Snap-Schnappschüsse nachzeichnen. Wie dieses Muskelmaus hier so macht. Die Glomander-Sekte. Du, du, halt auch so ein Gag-Pokémon. Das ist auch so lustig. Sadana. Was ist los? Ey, Bruder! Bruder, was tust du? Ja, das hat er richtig gut getan. Das ist so ein schönes Spiel. Es ist jetzt nicht lange. Wie gesagt, die haben jetzt drei Stunden gebraucht oder so. Das ist einmal komplett durch. Einmal die Story durch, einmal alle Pokémon. Die Highscore-Dinger, vielleicht mache ich die bei den anderen mal. Ich habe jetzt nicht so wirklich viel Lust da drauf, weil das ist dann noch wieder mehr Anstrengung, als schöne Dinge angucken und lustige Fotos machen. Aber ich denke, wir spielen. Ich habe nicht gesehen, Pokémon Stadium ist auch drin und ich habe den falschen Knopf gedrippt. Ja, das könnt ihr zackle